Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Das hier wird tatsächlich nur ein relativ kleiner Vlog werden, weil ich tatsächlich echt überhaupt nichts zu tun habe. Also heute ist Sonntag, ich werde einfach ein bisschen entspannen, mir ein bisschen eine schöne Zeit machen und einfach mal schauen, was so geht oder was ich so mache. Ich muss noch ein paar kleinere Dinge erledigen in der Stadt tatsächlich. Aber sonst bin ich total frei in der Tagesgestaltung und ja, ich habe eigentlich ganz gut ausgeschlafen schon. Also ich muss nicht, ich bin nicht früh aufgestanden. Ansonsten ja, jetzt ist es 10.30 Uhr ungefähr und ja, mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war nur kurz unten am Wasser und habe so ein bisschen das, naja, gute Wetter kann ich jetzt auch nicht sagen, aber nach die letzten relativ warmen Tage genossen, wo man noch nicht dick eingepackt mit dem Wintermantel irgendwie da draußen zitternd rumsteht, sondern wollte einfach nochmal ein bisschen, ja sowieso frische Luft schnappen und einfach mal auch ein paar Schritte außer dem Haus tun. Ja, musste auch noch ein paar kleine Dinge erledigen, das hat sich dann gerade ganz gut verbinden lassen. Und jetzt bin ich wieder zu Hause, habe mir meine Schoki gemacht und ja, genieße den Abend. Und ich habe mir mitgenommen aus der Stadt einen Dürüm, den werde ich heute Abend also dann gleich noch essen, solange noch warm ist. Wir haben es jetzt schon kurz nach halb vier. Oh, ist noch gar nicht so spät. Kurz nach halb vier. Und ich werde mich aufs Sofa pflanzen, werde noch ein bisschen was lesen wahrscheinlich und meine Comfort-Show sehen. Und das ist auf jeden Fall Big Bang Theory und ich weiß echt nicht, was mit dieser Show ist. So ab dem Moment, wo ich diese Show das erste Mal gesehen habe, fand ich es mega geil. Und ich kann einfach nichts anderes so richtig enjoyen und ich gucke fast nur diese Serie. Also es gibt andere Serien, die ich auch angucke, aber ich weiß nicht wieso, aber ich gucke dauernd Big Bang Theory. Ich habe es bestimmt jetzt schon zum, weiß ich nicht, zehnten Mal oder so hintereinander weggeguckt. Na gut, das ist jetzt vielleicht zehnmal, ist ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall häufig. Und genau, also ich werde jetzt den Sonntag nur noch entspannen. Ansonsten steht heute nicht mehr wirklich was auf dem Plan. Morgen früh habe ich ja wieder Berufsschule, weshalb ich dann auch relativ früh, also so gegen zehn ungefähr, schlafen gehen werde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 ja ich hoffe euch hat dieser kleine mini vlog gefallen auf jeden fall fand ich war das eigentlich ein echt schöner tag vor allem zum entspannen und ja ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wieder bis bald